Ach du kommst mit dem Straßending? So, dann geh dann schnell ich mich rechts hin. Das vorne so halbrechts ist die Sprungschanze. Ich glaub die war links eher, aber ich weiß es nicht mehr. Yoshi, du hast die vorhin noch genommen. Ja, da fällt mir auch gerade ein, da ist schon mal ein AMK drauf gegangen, aber ich weiß mich für dir danach egal. Ja, muss ich jetzt mittig halten oder muss ich ein bisschen nach rechts oder links zielen? Das siehst du gleich. So. Okay. Fahr mir Cockpit-Ansicht oder Außen-Ansicht? Ich fahr Außen-Ansicht, damit ich das mehr sehe. Warte, warte, warte. Alle bereit? Nee, warte. So. Ja, ich bin soweit. Okay. Äh, halt, das war die falsche Taste. Ich muss mich wieder ein kleines Stück hin zurück setzen. Seidig, ich verbaue Sprit dann. Okay. Auf los dann, ja. Ah. Yoshi auch. Ich hoffe, ich mach du mal einen Countdown. Okay. Auf die Plätze. Fertig. Los. Power. Jetzt drängt er mich auch noch ab. Au. Oh, meiner kommt. Meiner kommt. Ey, Yoshi! Ah! Ich glaub, das ist die Chance. Oh, ich werd schneller als du. Du hast mich sogar gebremst. Wo bleibt Yoshi? Da ist er! Au! 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 Ah, das hat er mal dazu verglut, dass mein Lenkrad ausreißt. Als Yoshi auch nicht aufgeprallt ist. Ah, ja. Ist euer Motor auch ausgegangen? Ja. Ja. Nee, du musst eigentlich ein Stück zurück. Du stehst vorne voll über. Du musst auch ein kleines Stückchen zurück. Ja, ja. Passt. Okay. Warte. Bin noch nicht so weit. So, Leerlauf an. Aufzeichnung starten. Also jetzt alle bereit? Kupplung ziehen. Gang rein. Okay. Sind soweit? Auf die Plätze. Fertig. Los! Es gibt so viele Gänge. Ich weiß nicht, ob die Ketten besser beschleunen. Ja, doch. Ich verliere nicht ganz so. Komm, zieh durch. Ja. Noch ein Gang. Sechster. Siebter. Leo, lass das! Ha! Wuh! Der Motor ist schon ab. Da kommt Josch. Ich hab's bis ins Wasser geschafft. Bin aber zurück. Ich kann auch fahren. Zieh mich mal auf. Mein Motor hast du lieber. Zieh mich mal gerade. Ja, Moment. Du versenkst dich gerade. Ich hab beim Aufschlag oben in den, äh, auf den Felsen ist der Motor bei mir schon ausgegangen. Ich bewege mich kein Stück. Das Polygon hat man auch schon mal, weil du Host bist. Ach ja, du. Na dann. Ja. 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 Ja.